Hallo, das Video hier ist auch nicht so erfreulich, denn die Camponotus and Camparensis-Kolonie, die habe ich zum einen mal umgesetzt. Kann leider nicht weiter rauszoomen. Also halt in ein kleineres Reagenzglas von mir, wenn mir das andere einfach zu groß war. Ich finde, die brauchen das noch gar nicht. Ähm, und naja, also von den acht Arbeiterinnen, ich habe nochmal nachgezählt, es waren insgesamt acht, waren vier am Anfang tot, äh, ne, drei. Dann sind nochmal zwei gestorben, macht fünf, dann habe ich sie, also in der Zeit, in der ich sie umgesetzt habe, sind sie gestorben. Und dann jetzt sind noch zwei gestorben. Und das hier ist die einzige lebende, richtig lebende noch. Die Arbeiterin ganz vorne ist tot. Hm, es lebt doch noch eine mehr. Aber die Kolonie, also der geht's nicht gut, ich weiß nicht. Wenn ich das wegmache, es juckt die einfach gar nicht. Hm. Da hinten noch die anderen toten Arbeiterin. Und, um es mal zu demonstrieren, wie, ähm, also dass da was mit denen nicht stimmt, ich kann das hier so antippen. Ich kann das hochheben, ich kann das ein bisschen schütteln. Und alle meine anderen Ameisen wären schon bei einem Klopfer komplett ausgerastet. Aber die hier, ich weiß nicht. das ist, denke ich, nicht normal. Auch als es jetzt so umgefallen ist, die Königin guckt einfach nur so träge dumm und krabbelt jetzt dahin wieder zurück, obwohl es im Licht ist. So, da nochmal die anderen toten Arbeiterinnen, die verendet sind, hier in diesem Reagenzglas. Na, ich weiß nicht. Also, ich werde es natürlich mit denen weiter versuchen. Haben auch, also, die haben super viel Honigwasser bekommen, zwei Heimchenbeinchen, weil ich den Rest vom Heimchen noch aufbrauchen wollte. Hab zwar jetzt auch Schokoschaben, aber ich wollte erst mal bei den anderen Testen die Schokoschaben. Und ich hab den echt viel von dem Zucker, Honigwasser mit Ahornsirup und Agavendicksaft, das ich angemischt habe. Zwei verschiedene Honigsorten. Also, das ist schon ein bisschen vielfältiger. Davon haben die am Anfang so viel getrunken, in zwei Minuten wie meine Lasius in einer ganzen Woche trinken. Die Königin und drei Arbeiterinnen. Das kann doch gar nicht sein. Und auch die Servi Formica Fusker, die zwei Königinnen haben und jetzt elf Arbeiterinnen, die haben auch elf, die brauchen auch sowas. Nur so alle drei Tage brauchen die so eine Ration und dann, ja, bleibt immer ein bisschen was übrig und das geht dann in die Watte rein. Aber bei denchen nicht. Also, ich werde es weiter versuchen und sonst, ähm, ja, wäre es schön, wenn ich Ersatz bekomme und wenn nicht, müsste ich mir halt eine neue kaufen. Das wäre dann natürlich schade. So, hier kam nochmal ein kleiner Schnitt. Das war es jetzt wirklich. Ich habe nochmal, wollte noch was zu den Servi Formica Fusker sagen, aber das schneide ich lieber raus. Da habe ich keine Lust drauf. Das kommt dann nochmal separat, wenn dann. Ja. Ich weiß nicht so wirklich, was mit denen los ist. Die hatten auch keinerlei Brut im anderen Reagenzglas. Gar keine. Wirklich nichts. Was ja auch schon ungewöhnlich ist. Ja. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich jetzt. Ich bedanke mich, fürs Zusehen und würde mich über einen Kommentar oder einen Ratschlag oder sowas freuen. Teilt das Video auch gerne oder zeigt meinen Kanal anderen Ameisenbegeisterten. Und einen schönen Tag noch.